Das kann ich schon mal sagen, das machen wir auch gleich, aber vorher wollen wir noch ein bisschen über die Erdbeere reden. Hansjörg Friedrich ist nämlich bei uns, Vorstand von Pfalzmarkt. Schön, dass Sie da sind. Es ist ja eben schon ein bisschen angeklungen, also die Erdbeer-Saison 2019, was erwarten Sie denn auch? Sie haben ja einen sehr guten Überblick über die verschiedenen Landwirte auch. Ja, der Tim Ballreich, den wir gerade gesehen haben, ist ja einer von 25 Erdbeerzeugern von uns. Und was wir jetzt so über die ganze Region sehen, wir hatten keinen Frost. Das heißt, die Erdbeerblüte war ungestört. Wir hatten auch jetzt zuletzt keinen Frost, wo die Erdbeeren noch ganz klein waren. Das heißt, es wird eine sehr gute Ernte geben. Heißt also aber auch, was für Wetter brauchen wir jetzt noch in den kommenden Tagen, dass es dann noch so richtig schön mit der Süße auch anzieht? Ja, wir werden ja jetzt in den nächsten Tagen das Ende der Schafskälte erleben. Die Eisheiligen sind rum, danach geht die Temperatur hoch und dann werden die Erdbeeren natürlich noch schneller reif, kriegen richtig schöne rote Farbe, haben dann allerdings auch den Nachteil, dass man sie schnell essen muss. Ja gut, das finde ich jetzt nicht so schlimm, mache ich gerne. Was bedeutet das aber auch dann für die Kosten? Das ist ja eben auch schon im Beitrag angesprochen worden. Das sind jetzt nicht die brutalen Mengen, die da gerade rauskommen, sondern es hält sich momentan noch in Grenzen. Was bedeutet das für die Verbraucher am Ende dann an der Kasse? Ja, der Preis geht natürlich runter, wenn die Menge hochgeht. Das ist ganz klar Angebot und Nachfrage. Ich denke mal, der Schalenpreis, so wie wir es da gesehen haben, geht dann so auf 1,80 runter. Wie ist das denn bei Ihnen, wenn Sie jetzt hier schauen und denken, okay, könnte ich sofort zugreifen, aber Erdbeeren natürlich so alleine essen. Ist das eine, wie bereiten Sie sie persönlich am liebsten eigentlich zu? Ich schneide mir die immer in zwei, drei Teile und dann kommt da Buttermilch drüber. Fertig. Fertig, das reicht auch. In Wimbledon habe ich es ja eben gesagt, da macht man es auch so einfach Erdbeeren und Sahne. Natürlich gerade auch groß in der Diskussion beim Thema Wein, Unkrautvernichtungsmittel beispielsweise, nicht nur da generell auch in der Landwirtschaft. Wie ist das beim Anbau von Erdbeeren? Worauf müssen da Bauern achten? Das kommt darauf an. Im Tunnel, was wir gerade eben gesehen haben, da fällt gar kein Unkraut an, da weht nichts rein. Auf den Freiflächen muss natürlich davor gesorgt werden, dass die nicht überwuchert werden. Das kann man aber auch durch maschinelles Hacken machen. Da braucht man keinen Pflanzenschutz in Form von Herbiziden einsetzen. Erdbeeren sind eine Saisonware. Jetzt geht es ja so langsam los. Also dann auch in den Supermärkten werden wir jetzt nach und nach auch regionale Erdbeeren finden. Merken Sie das auch, die Nachfrage nach regionalen Produkten insbesondere, was jetzt auch die Frucht angeht? Ja, unbedingt. Erdbeeren ist eins von den Klassikern, die zum Glück beim Verbraucher noch als saisonale Kultur drin sind. Und wenn dann die fälzische Erdbeersaison losgeht, dann wird danach gegriffen. Dann sind die Ausländischen weg vom Fenster. Gut, also wir dürfen jetzt auch einfach zugreifen. Sag ich, guten Appetit.